Wusstet ihr schon, warum wir in der Weihnachtszeit so viel naschen? Damit die im Winter hergestellten Speisen bis zum Frühling hielten, mussten die Menschen sie damals entweder stark zuckern oder salzen, um sie zu konservieren. Im Mittelalter waren Süßspeisen außerdem ein lebenswichtiges Nahrungsmittel, mit vielen Kalorien für den harten Winter.